Hallo, ich bin Ryfadey Und das bringe ich einfach Ich bin Ichelobu Fuck, ich hab den Emote nicht gemacht, das muss nochmal Hallo, ich bin Ryfadey Ich bin Ichelobu Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Infovideo Schrägstrich Update Video Ok, nochmal in Boxfightstore, epischer So, oh, voll in die Eier, das war... Ah, jetzt komm ich gleich mit meinen Hacks, pass auf Eins Nochmal Ey, das ist unfair Ich glaub du... Aua Boom Du hast mich verbrügelt Ok, also Leute, es ist wieder Donnerstag Und das heißt, es gibt einige neue Sachen in der Eventwoche von GTA Also Leute, ihr könnt momentan in dieser Woche sehr viel Geld machen mit Missionen Und zwar geht ihr auf Online Jobs Job Spielen Ähm, von Rockstar erstellt Und zwar gibt es doppelt RP auf die... auf die Attentat Missionen Das heißt, ihr sucht euch hier die Attentat Missionen heraus, hier Und auf die Mission, wenn ihr die macht, bekommt ihr doppelt RP Gerade für Anfänger sind die sehr sehr gut Ähm, des Weiteren bekommt ihr doppelt RP... Des Weiteren... Braucht dazu auf jeden Fall vier Mitarbeiter Ich hab die selber noch nicht gespielt, das heißt, ich weiß nicht... Ähm, wie einfach oder wie schwer diese Mission ist, aber... By the way könnt ihr die halt machen So Leute, des Weiteren gibt's äh, noch mehr Missionen Also diesmal gibt's einige Missionen, die ihr machen könnt Und zwar ihr geht auf Stuntrennen Und dann geht ihr weiter runter Und hier haben wir die Easy Classic Mission So, die geben jeweils... Äh, dreimal RP und dreimal, äh, GTA Dollar Und damit könnt ihr auf jeden Fall auch ordentlich reingrinden So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Angeboten Ähm, die es diese Woche gibt und zwar... So, also Leute, es gibt 50% Rabatt auf den Easy, den Easy Classic und den Easy Classic Sport Ähm, ist grad dieses, äh, also allgemein dieses Weenie Event Dieses Weenie Easy Event Äh, ihr habt ja gemerkt, dass alle drei, äh, Weenie, äh, Easy Modelle im Angebot waren Und, äh, kostenlos bekommt ihr jetzt auch noch ein, äh, Weezy, äh, ein Weenie Tee Also ein Weenie T-Shirt sozusagen Äh, ist kostenlos und, äh, wenn ihr euch bis zum 3. Juni einmal eingeloggt habt, dann bekommt ihr das auch safe Des Weiteren gibt es 40% Rabatt auf den Geluxo 40% Rabatt auf den Trafade Nero Es gibt 40% Rabatt auf den Wizzor Neo Ähm, 40% Rabatt auf den Decay's Mamba Auf den Progen PR4 gibt es auch 30% Rabatt Und auf den HVY Brigade gibt es auch nochmal 30% Rabatt So Leute, jetzt kommen wir zur, ähm, wöchentlichen Glücksratsbelohnung Und zwar, ähm, der Hauptgewinn ist diesmal der Weenie Easy Classic Also, hier könnt ihr ihn sehen Äh, meiner Meinung nach ist das kein schönes Auto Also, man kann es trotzdem holen Einfach bloß, damit man sagen kann Ja, ich hab's Wir können das jetzt gleich mal probieren Ob wir dieses gute Stück gewinnen oder nicht Ähm, kannst du dann sagen Jo, ich hab den Weenie Easy Komm auf meine Geburtstagsparty Ja So Und so in etwa Geben wir jetzt hier mal ins Glücksrad Und drehen Mal gucken Wird nichts Ey, es war verdammt knapp Ich weiß nicht Bei mir war's knapper Du Kenick Aktiviert die Glocke Um keins unserer Videos mehr zu verpassen Und bis dahin, haut rein Ciao Ciao